Die ersten Böller-Explosionen auf der Straße verraten es bereits. Der Jahreswechsel steht vor der Tür. Mit diesen Apps sind sie bestens für das neue Jahr ausgerüstet. Fireworks Arcade kann zwar kein echtes Feuerwerk ersetzen, macht aber trotzdem Spaß. Im Stil von Fruit Ninja muss man bunte Kugeln zum Platzen bringen, die dann effektvoll explodieren. Durch Wischgesten kann man auch eigene Feuerschweife auf das Display zaubern. Aber Vorsicht, erwischt man zu viele Bomben, ist das Spiel vorbei. Was das neue Jahr bringt, verrät die App Bleigießen 2014. Mit Streichholz, Feuerzeug oder Bunsenbrenner erhitzt man das virtuelle Blei. Die dabei entstehenden Formeln sollen angeblich immer anders aussehen. Das Lexikon hilft einem dann bei der Deutung der Ergebnisse. Gemein, nach dreimal Bleigießen soll man zusätzliches Blei für echtes Geld nachkaufen. Wer seine Freunde an Silvester mit einem leckeren Cocktail überraschen will, sollte sich die App Cocktails anschauen. Über 2300 Rezepte sind verfügbar. Gegen Aufpreis lassen sich die Rezepte sogar nach zu Hause vorhandenen Zutaten filtern. Um einen Cocktail für mehrere Freunde zu machen, lässt sich die Anzahl der Personen einstellen. Wer pünktlich anstoßen will, braucht natürlich die genaue Uhrzeit. Die App Atomuhr synchronisiert sich beim Starten mit der CS2-Celsium-Atomuhr in Braunschweig. Kurz vor dem Jahreswechsel erscheint dann auch ein Countdown und begrüßt das neue Jahr mit einem kleinen Feuerwerk. Ja! Musik McFly